Mit der päpstlichen Bulle Exiitki Seminat vom 14. August 1279 schaltete sich Papst Nikolaus III. in die Diskussion über das Armutsideal bei den Mönchsorden, hier speziell bei den Franziskanern, ein. Mit dieser Bulle wurde der sogenannte Armutsstreit über die praktische Armut neu entfacht. Die Debatte über die Armutsideale sollte noch fast 50 Jahre anhalten und die Päpste Clemens V. und Johannes XXII. Zum Schreiben weiterer Bullen veranlassen. Armutsgelübde Für die Franziskaner galt bei der Interpretation des Armutsgelübdes, dass nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Ordensgemeinschaft keine Besitzrechte haben sollten. Es hatte sich ein System gebildet, in dem die Franziskaner Dinge und Gebäude nutzten, die einem Gönner gehörten. Der Ordensgeneral Bonaventura leitete die Besitzregelung für die Franziskaner in der Weise, dass der Franziskaner-Orden den Besitz von Mittelsmännern nutzten, zu denen sowohl Privatpersonen als auch die Kurie gehörten. Mit dieser Bulle übernahm Papst Nikolaus III. Selbst Franziskaner die Definition des Bonaventura und verbot ausdrücklich jede Glossierung oder Erläuterung seiner Entscheidung Über die Armutsregeln Mit dieser ausführlichen Bulle zur Frage des Armutsideals erklärte der Papst, dass das Leben der Ordensbrüder auf dem Evangelium beruhe und vom Lehrberuf und dem Leben Christi und seiner Apostel gestärkt werde. Der Papst und die Kirche hätten den Lebensstil der Mönche genehmigt und ihnen obliege daher auch die Aufsicht und deren Schutz. Er betonte, dass nach den aufgestellten Regeln, die vom Ordensgründer verfasst worden seien, gelebt und gehandelt werden müsse. Die verpflichtende Armut, schreibt der Papst, sei von Gott und den Aposteln vorgelebt worden und in der Kirche von Christus gelebt. Vom Gebrauchsrecht die Armutsregel verpflichtet zur Abdankung vom Usus Iuris und erlaube die Beibehaltung des Usus Fakti. Dieses sei eine mögliche und gesetzlich anwendbare Form der Armut in Übereinstimmung mit dem Evangelium. Diese Regeln, so schreibt Clemens V. Weiter erlaube aber nicht den Besitz von Geld, sondern verstehe sich als eine Art der Unterstützung. Wobei die Ordensbrüder zu Flucht bei ihren Wohltätern, die im Besitz des Geldes seien, haben könnten. In einem weiteren Abschnitt beschreibt der Papst die Interpretationsmöglichkeiten über das Testament der Franziskaner und wie mit den Beweglichen. Gütern zu verfahren sei. Über die persönliche Armut abschließend ging der Papst auf das persönliche Armutsverhalten der Mönche ein. Hierzu würden die Armut in der Kleidung, die Einhaltung der Ordensbestimmungen, die Wahl des Ordensgenerals, die Vermeidung von verdächtiger Vertrautheit mit Frauen und die Einhaltung der Testamentsbestimmungen des heiligen Franziskus gehören. Abschlussbestimmungen Im Abschlusskapitel ordnete Papst Clemens V. an, dass diese Bulle von allen Ordensbrüdern zu befolgen sei und diese Anordnung für alle Ewigkeit Rechtsgültigkeit besitzen solle. Er verbot jedes Opponieren und drohte bei Verletzung dieser Anordnung mit Exkommunikation. Weitere päpstliche Schreiben zum Armutsstreit 28. September 1230 Papst Gregor IX Quo Elon Gazi 6. Mai 1312 Papst Clemens V. Apostolische Konstitution Exivide Paradiso 7. Oktober 1317 Papst Johannes der 22. Quo Rundam Exigit 26. März 1322 Papst Johannes der 22. Quia Nonunquam 8. Dezember 1322 Papst Johannes der 22. Et Conditorem Kennenum 12. November 1323 Papst Johannes der 22. Quia Quo Rundam 1329 Papst Johannes der 22. Quia Vire Probus 8. Dezember 1322 Papst Johannes der 22. Quia Vire Probus